ja schön für den schallengeweg bruder rittmann ich bin live, ne sag aber nicht dein bruder ok ich bin digga, hey digga rittmann, sag nicht dein bruder ok ja, dass ich live bin, sag ihm nichts ja sag ihm aber nichts, ok? ja, ein bisschen, also ich glaub also leute, falls morgen, ja also, ne, falls morgen, ich meine damit, ähm, heute, es war ne, morgen kommt gleich mit fast beat, mit meinem lenkrad von ps4 live stream, mit ne bmw mutterfuck ab, was? ja, man was soll ich das wissen, lo? was? ja, Junge, mein Kopf ist am Arsch, ein bisschen doch man, ich hab nie ein lenkrad gekauft, 433 Euro naja, 4,4 das mein fernsehen weit ist das mein fernsehen so weit weg ist, meinst du? ja warte mal, wer bist du, rittmann oder erdogan jetzt? äh, der malaka, ich bin, guck mal, der leise ist digga, mal, aber ich klinge nicht zugleich äh, digga, mal, wo ist, äh, warte mal, wo ist, äh, redmann, erdogan, erdogan, meine ich ich bin da gar nicht bei jetzt erfrieren war nicht was macht sie da mal was macht sie da hallo ja sein bruder Das ist der Fall, das ist der Fall. Ich bin der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall. Hey Mann, bitte mach ich jetzt schnell mal. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Mann, mein Dank tut's, du gab mir, wollah. Hey Mann, ich bin der Fall. rittmann ist ein bruder rot gegangen ist ein bruder rot gegangen aber die bestritt war nicht junge die 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 deutsch digga ja okay dummkopf ist deutsch aber ich meine ich spreche das nicht so richtig deutlich aus was schreibt die mir einfach schien einfach scheiß sachen jetzt kommt oder meinst du sprachnachricht ha ha hehehe he weh dem weh das nicht schickle deg gegangen ja mensal schumt chen Oh, ey. Oh, ich weiß nicht. Was? 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 Nein. Nein. Oh, Adi. Oh, ja. Ah, du Corona. Alla. Richtig langweil. Morgen schule, alter gar kein bock. Erste Klasse. 1er? Ich bin Erste. Hey Digga. Erdorn. 1 bin ich jetzt nicht wirklich, aber du sagst, ich bin 8. Wie das gleiche. Ich habe dir vor einem Monat gesagt, dass ich ja 8 klasse bin. ja und bin achte klasse egal wo seid ihr los was warte ich rufe meinen Cousin, meinen anderen Cousin ich rufe meinen anderen Cousin sehr leise ich rufe Ali ja ok Leute, das war's mit der Livestream und hier hab ich morgen Moin Meister